Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Mercedes Automatikgetriebe mit 9 Gängen, das 9-G-Tronic. Das Video kann aber natürlich auch für andere Getriebe angewendet werden, wie 7-Gang-Getriebe oder 5-Gang. Im Prinzip ist im Endeffekt das gleiche. Die 9-Gang-Getriebe sind natürlich sehr anfällig. Viele beschweren sich auch bei sehr kleinen Laufleistungen für ein sehr schlechtes Schaltverhalten. Ist auch natürlich logisch, weil dieses 9-Gang-Getriebe benutzt das gleiche Gehäuse, was wir früher im 5-Gang-Getriebe hatten. Auch das gleiche Gehäuse, was wir im 7-Gang-Getriebe hatten. Jetzt haben wir da 9 Gänge. Plus wir haben permanent eine Start-Stop-Funktion. Das ist natürlich für das Getriebe das Schlimmste, was man halt machen kann. Wenn man lange von dem Getriebe was haben möchte, muss man die richtigen Maßnahmen, die richtigen Wartungen treffen. Bei den älteren Getrieben war das halt so, wir hatten Adaptionswerte. Anhand der Werte konnte man sehen, wie ist der Zustand des Getriebes. Man hatte Kupplungsfülldrücke und Schnellfüllzeiten und man konnte sehen, wie viel mehr Druck muss ein Getriebe aufbauen, um den notwendigen Gang zu schalten. Bei diesem Getriebe hat Mercedes das so gemacht, dass man sich noch nicht mal Adaptionswerte angucken kann. Warum auch? Wenn es kaputt geht, muss der Kunde das so oder so bezahlen. Und bis 100.000 hält das in jedem Fall. Und danach ist das eh wurscht. Damit ihr aber länger was von dem Getriebe haben möchtet oder nicht viel investieren müsst, gibt es verschiedene Wartungen, verschiedene Maßnahmen, die man treffen kann oder sollte. Wenn das Getriebe oder das Fahrzeug wenig Kilometer hat, 40.000, 30.000, dann sollte man einen Ölwechsel machen. Bei einem Ölwechsel muss man verstehen, man tauscht nicht das gesamte Öl, sondern man tauscht nur 30% des Gesamtöls. Das ist das, was in der Ölwanne sich befindet. Das war's. Ist auch an sich nicht schlimm, wenn man das relativ frühzeitig macht. Wenn ihr in das Fahrzeug aber zum Beispiel viel Stadtverkehr fahrt oder eine starke Motorisierung habt, dann macht er Sinn, diese Ölwechselintervalle zu verkürzen. Oder ihr habt zum Beispiel eine Anhängkupplung. Wenn ihr eine Laufleistung habt zwischen 60.000 bis 80.000, macht eine Getriebespülung Sinn. Dann wird das gesamte Getriebe durchgespült, am besten mit sauberen Öl, ohne Chemie, mit originalem Mercedes-Öl und es wird in der Ölwanne inklusive Filter ausgetauscht. Bei den Teilen sollte man darauf achten, dass man Originalteile verwendet. Nicht, weil die Teile von Mercedes so super sind, sondern die Getriebe oder die Steuergitter sind für bestimmte Eigenschaften oder bestimmte Zustände programmiert. Das heißt, wie viel Durchfluss hat so ein Filter, welche Viskosität hat so ein Öl. Und häufig bekommen wir einfach Kunden, die Kundenanfragen, die schon irgendwo eine Spülung gemacht haben oder einen Ölwechsel und wundern sich, dass das Getriebe danach nicht ideal schallt oder schlimmer als vorher. Natürlich, wenn man halt keine Originalteile verwendet, keine originalen Filter in Größe wie Ölwanne, kein originales Öl und das Getriebe Pima Down befüllt, dann muss man sich natürlich nicht wundern. Aber was passiert, wenn ich ein Fahrzeug habe, zum Beispiel mit 90.000, 100.000, 120.000, dann ist das für eine Spülung alleine zu spät. Denn das Getriebe, wie in diesem Fall, in dem Fall hat er 150.000 gelaufen zum Beispiel und das Getriebe hat einfach schon Verschleiß. Es ruckt und man muss einfach verstehen, ein Getriebe ist ein hydraulisches System. Das heißt, durch Öl-Druck werden die Lamellenkupplungen zusammengedrückt und so fährt das Auto halt nach vorne. Das Problem ist, wenn wir zum Beispiel über die Jahre irgendwo einen Druckverlust haben, weil zum Beispiel die Gummikomponenten des Getriebes einfach verschleißen wegen einer hohen Temperatur oder einer starken Belastung, dann haben wir dort einen Druckverlust, wie zum Beispiel im Gartenschlauch ein Loch. Und dann haben wir das Problem, dass das Getriebe schon zwar Druck aufbaut, dass die Lamellen zusammengedrückt werden, aber nicht genug Druck, dass sie schon haften. Und dann passiert, was wir hier sehen, wir bekommen einen Getriebeschaden. Die Lamellenkupplungen verschleißen, denn die drehen, drehen, drehen und es dauert immer einen Moment länger, bis sie dann tatsächlich eine Haftung haben. Und damit das nicht passiert, muss man die richtige Maßnahme treffen. Eine weitere Maßnahme ist, dass man die Mechatronik, das ist der Schallschieber. Aber das Steuergerät sorgt dafür, dass die Gänge geschaltet werden. Es sitzt im Getriebe selber, das heißt, hier könnt ihr das am einfachsten sehen. Das ist das Getriebe, hier drinnen sind die Lamellenkupplungen und hier sitzt sozusagen die Mechatronik. Zwischen Mechatronik und Getriebe haben wir Dichtungen, die sind sehr wichtig. Das heißt, ihr müsst verstehen, die beiden Komponenten beinhalten das Getriebe, das heißt die Mechatronik und das Getriebe selber inklusive Lamellen. Und diese ganzen Dichtungen, oder hier zum Beispiel, die haben eine Gummidichtung. Und diese Gummidichtung verschleißt und dann dichtet es nichts mehr ab. Durch diese Röhrchen läuft das gesamte Getriebeöl. Und wenn das gesamte Getriebeöl sozusagen an den Dichtungen vorbeiläuft, dann haben wir hier ein Problem. Dann muss man zum Beispiel diese Mechatronik ausbauen und diese ganzen Dichtungen austauschen. Das macht man nicht bei 40.000, aber das macht man bei 100.000, 120.000, 150.000, je nachdem, was ihr für eine Motorisierung habt, wie das Getriebe fährt und wie jemand vorher gefahren ist. Weil es ist halt weggeschmissenes Geld, wenn ihr einfach Geld investiert für eine Spülung, auch wenn das mit Originalteilen gemacht wurde. Aber ihr habt Probleme in den Dichtungen. Dann sollte man lieber diese Problematik hier lösen. Weil man kann bei diesen Fahrzeugen halt die Adaption vielleicht eh nicht auslesen. Und dann habt ihr im Endeffekt eine Katze im Sack. Dann lieber investiert man ein paar hundert Euro mehr und macht man das gleich mit und dann ist man auf der sicheren Seite. Bei Fahrzeugen mit höherer Laufleistung gibt es auch die Möglichkeit zum Beispiel die Mechatronik zu zerlegen. Denn die Mechatronik selber, wenn man die zerlegt, hat ein Gehäuse und hat solche Kolben. Diese Kolben, die werden durch die Ventile, die ich euch gleich zeige, bewegt. Die bewegen sich so. Und sozusagen, wenn hier zwischen dem Gehäuse und diesem Kolben sich Dreck sammelt, dann kommt es zu Schallstößen. Dann fängt es an zu klemmen und zu rucken. Was für ein Dreck fragt ihr euch? Dieser Lamellenabrieb, den ich euch hier gezeigt habe, der ist nicht magnetisch. Das heißt, er bleibt nicht an den Magneten hängen und er bleibt auch nicht komplett in den Filter hängen. Sondern der schwimmt im Getriebe und hier kann man den zum Beispiel sehen. Ihr seht, das ist dieser Lamellenabrieb hier. Dieser ganze Dreck, was wir hier sehen zum Beispiel. Das ist wie so ein Staub. Und dieser Staub sorgt dafür, dass diese Kolben am Gehäuse klemmen und das Getriebe dann nicht richtig schaltet. Dann kann man zum Beispiel diese Mechatronik zerlegen und das hier per Hand reinigen. Das heißt, dass zwischen Kolben und Gehäuse kein Dreck mehr ist. Das ist zum Beispiel eine weitere Maßnahme, was man bei Fahrzeugen macht mit einer höheren Laufleistung. Deswegen muss man immer halt schauen, was ihr für eine Laufleistung habt, was ihr für einen Motor habt. Weil ihr dürft nicht vergessen, zum Beispiel das Getriebe, was hier verbaut ist, ist das gleiche wie zum Beispiel bei einem ML. Was das Auto wiegt, deutlich mehr. Oder bei einer S-Klasse oder einer E-Klasse oder was weiß ich was. Oder bei einer anderen Motorisierung. Und dadurch hat man natürlich eine Belastung. Hat das Ding eine Anhängkupplung, haben wir natürlich noch mehr Belastung. Deswegen muss man einfach schauen, dass man die richtige Maßnahme trifft. Denn sonst investiert ihr Geld für Sachen, wo die einfach relativ wenig euch im Endeffekt bringen, sondern im Endeffekt nur weggeschmissenes Geld ist. Wenn ihr denn sowas Interesse habt, schreibt uns am besten eine Mail mit ein paar Daten zu dem Fahrzeug, Laufleistung, Motorisierung und dann können wir euch da ein Angebot machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.